ja er hat diesen nutzen verloren der charakter nicht nach einer bestimmten zeit wie es da ist gleich weiter das war so auch damals in der mod ich habe ein jahr lang pause gemacht und ich bin genau dort gejointed wo ich mich ausgelockt habe mein hardcore spieler wort das haben wir schon mal wie die mod zu zocken muss ich erst wieder ja bis zu mitte des jahres soll das spiel ein status erreichen wie die mod ihn hat das soll dann genauso viel content haben mitte des jahres wo ist meine code ich würde sagen bei rocket hall heißt mitte des jahres ende des jahres ist er nicht dean hall denn das ist der spitzname genau den packt man für gewöhnlich in die mitte also erst mal vornamen spitznamen und dann nachname rocket hall mal gucken wie lange die noch für ganze zeit jetzt brauchen ich denke mal noch mindestens noch mal kompetition wenn man das spiel würde voraussichtlich bis ende des jahres den beta-status oder den finalen status erreicht und weiß es nicht wenn ich beta ich denke mal den zogen ist ja ganz hinter uns ist noch jemand aber das ist dann wahrscheinlich wer das ist immer der letzte ich bin das letzte jalapeño sind echt über scharf ey ich habe voll bock auf eine pizza mit chili habe ich gerade gegessen ohne chili hier dort reihe ist es gerade mit der welt mit einer penninger zu scharfen wird aber sagen wir gucken vor uns muss in haus sein oder da ist ja nichts er hat sich ja genauso aus oder und wie war es heute in bayern denn es bleibt noch schön ganz schön der Andi kommt auch aus Bayern, ne? Was? Habt ihr gehört? Der Andi kommt auch aus Bayern Ja, hat er mir gesagt von uns Finde nicht Sind wir noch alle beisammen? Mal schauen wir mal um die Sniper hoch Ja, von hier glaub ich sie ist noch nix Da ist der Spieler auch? Bist du jetzt nicht, ich lauf die ganze Zeit nach links, hey Mal wieder rumschubst da, der Sack Gar nicht wahr Du Blödsinn mach mich, hey Wer hat denn dich jetzt geschubbt, Tobi? Das war bestimmt Zombie Das warst du Du wirst zu blöd zum Gehen hier Ja, das wird sein Ich dachte, heu, wann merkst du's denn, wann merkst du's denn? Aber wo seid ihr denn? Wir sind hier nur noch zu dritt Da ist Tobi und da kommt auch Hier Und die andern zwei Wo sind die? Wo sind die? Wer hast du, ich schau, ich schau, ich schau, ich schau, hier schau Wo die andern sind, die ist ja auch Wo ist das, ich besuchte Die könnten da auch bei ein kleines Haus bei den Brunnen sein, da sind jetzt aber die Bäume im Weg Jetzt gibt's aber die Bäume im Weg äh, dann hast du ihn? Ich, ich hab M4 Schüsse gehört Ich auch Ich nicht Doch, ich habe M4 Schüsse gehört, Leute Wollen wir weiter? Ah, ihr bildet euch ja immer Sachen ein, das müssen wir ja hören mittlerweile Nein, 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 das ist wirklich... Okay, lass uns weiter Das war links? Das war links von uns, oder? Ja Echt links? Ja Also elektro Ja, ist wirklich klar Also links heißt dann Norden, Leute Merkt euch das bitte Merkt euch das bitte Wir laufen gerade nach Nordosten, wenn da jemand sagt, also vorne Oh, Nordost, Südwest Merkt euch das doch einfach mal Ich sage immer gerne einfach nur, da hinten ist er Wenn du das machst, ziehe ich dann auf dich Dann will ich das dann da hinten Okay, dann zeige ich mir den Finger drauf Da hinten Wenn ich dann weiß, wo du bist und ich dich grad im Blick habe, dann sage ich hier, gut gemacht Beide Da hinten ist er, erzählt auf dich, meinst du den? Ja, drück's ab M4er Schüsse aus Norden Komm, ich brauche ne ordentliche Wache, die holen wir... oder wollt ihr nicht? Ach, ihr wollt nicht Schüsse auf 9 Uhr Ja, oder wollen wir die Leute da mal oder... Oh ja, M4er ziemlich nah Ziemlich nah Die hocken wir schon wieder im Haus von gestern, wo wir auch abgeschossen wurden Ich denke, dass sie da bei der Feuerwache hocken Wollte ich die holen, oder was? Joa Ja, da wacke ich fest, hey, das ist ja beschissen Benz, mal gucken, wo der ist dabei, was ist Ne, ich schaue da nicht, ich habe Angst Ich kann mich nicht von meiner Hose hin drehen Geist drauf, wir finden uns unterwegs mit den Leuten Ich geh mal kurz zu den Gleisen und ich guck mich mal eben um Wenn der Entsicht sagt Bescheid Ich denk, die hocken da vorne in dem roten Haus hin, weil da kannst du dich... Das sehe ich doch jemanden Ja, ich denke schon Einer ist Polizeistation Am Dach oben? Ja Den hol ich weg Einen Usienschütze bitte herkommen Den hol ich weg Den hol ich weg Ok, jetzt müssen wir doch mitmachen Direkt auf der Polizeistation ist einer Wenn der da oben nicht weggeknallt wird, geh ich mal stark davon aus, hier gibt es keine Scharfschützen Oder die arbeiten zusammen Der Server-Bug bei mir gerade Ja, ich seh'n, ich seh'n schon Was? Meter 300, oder? Ja, kein Ding haben Wird beschossen aber auch, er reagiert da drauf Moment Ich zieh' dir an Ah, scheiße, er pügt sich Was warten wir so lange nur stehen bleibt Ich zieh' da nicht mehr ein Wer läuft denn hier mit dem blauen Hubsack vor mir rum? Boah, erblich Sau bei den Nacken Das bin ich Aber Zeh'n absolut niemanden, die sich bewegen Da hier Wollen wir den Hund? Ähm Wie kannst du Wie kannst du Wie kannst du bitte mir die Mosin übergeben mit einem Schuss drin? Was? Ich hab mir die Mosin übergeben mit einem Schuss Hab ich gar nicht Nicht alle auf einmal reden Tobi, was? Ihr habt mir die Mosin übergeben Ja, Mosin schlag dich? Was? Der Mosin war ein Schuss drin Kann nicht sein Weil ich hab' die dir gegeben Und da stand Guck mal, ein Schuss sieht ganz anders aus Du schießt wieder einer Aber ich würd' sagen, jetzt verziehen wir uns Weil jetzt wissen die vielleicht, wo wir sind Ja Tobi hat nen sauberen Genickschuss verpasst Damit bin ich zufrieden Ja, der ist gut Könnt' ich mir sagen, wo ich grad war? Was? Lauf einfach Richtung Richtung Hafen Richtung Nordosten, mein Freund Lauf nicht in Nordosten Lauf nicht in Nordosten Lauf nicht in Nordosten Lauf nicht direkt hinter mir, aber Okay Ich seh dich nicht Lauf einfach zu mir Ich seh dich auch nicht Schwert Lauf einfach alles am rechts am Strand entlang Da hinten, glaub ich, das ist einer Oder am Hüri Da ist ein Zombie Ich seh'n Ich seh'n Ich seh'n, dass sich das ein bisschen bewegt hat Bei den hab' ich nicht gemeint Ach so Naja, da hab' ich wirklich lange wartet, bis der still sitzt Ich bin raus, ich bin raus Ja? Ich hab' die Verbindung verlaufen Ja, der ist gerade Ach, deswegen konntest du ihn wahrscheinlich auch nicht sehen Bei Mieschack geht einfach ins Nägel laufen Ach, das machst du öfters mal Ich mag das, ich mag spontane Aktionen Einfach mal mehr hüpfen Wollen wir warten? Ich find's furchtbar, wenn Menschen nicht spontan sein können Plus 1 Kill wieder, ey Überleg, ob ich mir den Looter, wenn der wegführt war Hast du ja noch nix, oder? Aber das sind 4, aber ich hab' noch beim 4 Schüsse gehört Ah, ja Ja, die werden da bei dem Haus hocken, wo du auf die Feuerwache gucken kannst Wir werden ihn versuchen zu retten, wenn er nicht gestorben ist Da seine Sachen zurückzuholen Ah Deswegen, er wird garantiert nicht alleine da gewesen sein Bei den ganzen vielen Clans Da bin ich schon zufrieden, dass du ihn mal abgeschossen hast Da oben läuft einer Ja? Ja, hab' ich auch gerade gesehen Richtung Norden, Sniperhügel, blauer Rucksack Ja Hühner Rucksack Ein Militäruniform Socker 300 Meter Hä? Er hat nen Hügel oben, ne? Ja Aus, als wäre er alleine Ach tot Ne, das ist ein Speer Noch einer, links Oh ja, ich seh' dich Eier 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 sogar Weiter unten ist noch einer Spierer, das ist ein Pierer Ja, hab' ihn gesehen Oh, den müssen wir holen Der steht da am Baum Oh, da kommt noch einer Noch einer von rechts Wo seid ihr? Hey, den könnt ihr holen Schießt mal auf einen davon Oh, das steht noch einer Oh, das steht noch einer Fünf Leute da oben Ich bin gejoint, wo seid ihr? Wie ist das? Äh, am Kran Am Kran, am Kran zu hier Am Hafen seid ihr okay? Ja, am Kran Ach, da seid ihr? Okay, ich hab' jetzt alle aus dem Weg verloren Link oben Ja, da sind die unteren Unteren Wölden Aber wie viele das waren Das war der Kran Du, die sehen nicht feige, wenn du da so weit hinten Das glaub' ich nicht Ne, sie mit nicht Ja, der geht zum Sniperhügel hoch Gehen wir da jetzt hoch? Ne, ich weiß nicht Wir könnten vielleicht von dem anderen Berg da Wo Wir könnten von oben hin laufen Ja, an die Bergspitze hoch Wir könnten die einmal umrunden, ja Wollen wir? Also ich hätte Bock Gehen wir hier einmal um den Ähm Um die Werft hier drum rum Und dann gehen wir da hinten im Berg hoch So zwei, drei, hundert Meter hinter denen Ja Na los Ist bei mir da grad jemand durch die Mauer gelaufen Kann schon sein Wollen wir noch weiter, ja, ne? Ja Bewegt ihr euch gerade? Ja Ach, scheiße Pack das bei dir so Äh, leck das Aber sowas von Bist du genau? Ne, du bist nicht hinter mir Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren Ich bin furchtbar Für dir geht bei mir echt gar nicht Seid weg Ja, dann bist du wieder rausgeflogen Ne, ihr seid gerade an der Maul gewesen Jetzt seid ihr wieder weg Ja, wir sind vorher Wir sind jetzt schon, ähm, durchglaufen Aber diesmal nach links und rechts guckt Nicht, dass jetzt drittlich einer kommt Ja, ich, ich Geh auch immer so von Busch zu Busch Echt? Knopf, querfet ein Immer den Vordermann im Blick behalten Wer sind hier mit Corby gut? Ich? Oh je, seid ihr schon drüben? Ja Ja Tobi, wo bist du? Hinter euch Solange wir die Position noch von denen kennen, ist das gut Bei Nachmitteln mit dem Verlieren Die müssen aber noch das Büben hochgehen, sonst laufen ein Insektik in die Arme rein Wir sind weiter rechts Ja Was sagt? Ja, ich höre die da oben Die werden doch bestimmt mit offenen Armen entfangen, oder? Leute, Ruhe, ich habe gerade den Mosienschuss gehört Echt? Ja, ja Seid ihr schon auf den Berg gegangen? Aber weil das jetzt hier wieder so eine schwer zu koordinierende Das war SGS, aber die war ziemlich nah Ja Wer zu koordinierende Ecke ist, nur noch reden, was wirklich nur nötig ist Ja, hab schon wieder links krass gehört Ich sehe euch nicht Deine Hartenleit Ich gehe einfach ein Stückchen weiter Richtung Kaminshopo und dann den Berg Ich gehe jetzt den Berg hoch Aber nicht zu nah Also Ja Ich bin Ja, ich bin den Hafen durchgelaufen und gehe jetzt in den Berg hoch Also von hier aus haben wir eine gute Chance Jetzt wird er kleine Woche, mein Gott Wir müssen uns auch besser aufteilen jetzt Wo seid ihr gleich hinter mir? Also ich bin... ich müsste hier Tobi, kannst du mir mal eben Deckung geben? Dann zinke ich und esse ich noch mal kurz was Also ich bin jetzt schon oben auf dem Berg, ne? Tobi ist noch nicht da oben Nö, ne, weil der Gleibiger ist aber auch jetzt, der liegt da los Dann geh mal schnell die Flasche Dann geh mal schnell die Flasche Ich kann ich nicht Was kann ich nicht? Ist das Spiel jetzt grad wichtig an? Mein Gott, da machst du halt ich Ich muss erst mal... Noch weiter zu laufen Du musst erst mal eine Decke finden, wo du neunten kannst Ja 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 Hier ist einer am Bett Gut, wo seid ihr ungefähr? Hier bei der kleinen, bei der kleinen Straße So auf der Hälfte des Berges Lauf einfach, lauf hier den Berg hoch und dann auf der Straße rechts Ich weiß nicht, ob das jetzt grad hier... Kuki, ich seh dich Ich seh dich noch Ich seh dich noch Ich weiß nicht, wer das ist Ah, ist Kuki gewesen Sicher, ich bin viel weiter hinten reingegangen Also ich bin gleich bei denen in der Nähe, ne? David, können wir? Warte, ich trinke noch was Weil ich will erst mal komplett alles hellgrün haben Komm gleich los Ey, Leute, wir müssen uns beeilen Aber die Akku-Zong, hey Du musst eigentlich Feuer machen Ja Wie viel waren die fünf? Excel-Club sogar Oh je So, ich bin startklar Wir gehen auf jeden Fall über den Sniper-Hil Die wollen da abgucken, ob da Leute liegen bestimmt Ja, du bist auch nochmal was okay an sich Ich müsste jetzt eigentlich schon echt an denen ihrer Position langsam sein Und ich bin jetzt auch auf der Straße Ja, ein klein, ein klein muss so füttern, der ist nur am zoppeln, hey Also ich bin auf dem Sniper hier oben Was, was, der Mann so schnell ohne mich, dann locke ich mich auch Ach fuck Ey, ich bin auf dem Sniper hier schon Scheiß, die Wand an Warum bin ich denn hier so ran oben? Bobby, stark nahm? Ja, ja Ach, ich seh's, ich seh's, ich seh's Ja Stehe da Locken sich aus Was? Schieß Glaub ich Position durchgeben Erwischt, Headshot Ah ne, scheiße, die laufen Er ist Sniper Laufen wahrscheinlich gleich in unsere Arme Warte An den Tannen, wo Tobi letztens gestorben ist Okay, warte voll, warte voll Ja, ich schieße Wir müssen die Spitze hoch Oh, die schießen auf mich, Beschuss auf mich Beide euch Leute Oh, das ist knapp Da oben ist einer, an der Spitze Ne, das bin ich Das bin ich Das bin ich, blauer Rucksack Ja, blauer Rucksack, ja So, ich seh euch überhaupt Wo seid ihr, oder? Unten am Sniper sind die Ich tu gleich mal das Scope runter Die sind unten, weiter unten am Sniper, nicht oben, ne? Hat sich gerade einer an dem Bauch Uiuiui, ich werde beschossen Ja, ich werde auch beschossen Der war knapp Ja, bei mir auch Ja, bei mir auch Da vorne ist ganz der gelaufen Das weiß ich, das ist der Kugi Okay Bei der ihr müsst euch ein bisschen beeilen Sind schon da So, die sind unterhalb Am Sniper hier unten Ne, aber auch kein mehr Hier Dort läuft einer Aufpassen, das sind sechs Leute ungefähr Ja Oh, die fiefe voll gegen mein Baum Oh, die fiefe voll gegen mein Baum Ja Ich auch Ich auch Dann schießt er auf mich Er steht genauer und guckt genauer auf meinen Baum Wo ist er denn? Da, ich ziehe ihn, da ist er Ja, da ist er Ja, da ist er Da ist er Da ist er Ja, da liegt einer Ja, da ist er Ja, da ist er Ja, da ist er Mit einem grünen Rucksack Da siehst du bloß einen grünen Rucksack Verweiten Ey, ist er links oder rechts auf dem Berg? Links, oder? Eher mittig Mitig Auf jeden Fall von den Tannen weiter links Ah, okay, gut Ich weiß Bescheid Ah, jetzt komme der Hase entgegen, ey Wie ist er schrocken Bei dir in der Nähe muss einer sein Ich bin jetzt unten hier bei dem Tannen, wo die Lichtung anfängt Da die Reling, da die Hm, jetzt steht die Reling hoch Ne, ne, der hat er geschossen Ich hab ihn erwischt Achso Jetzt begann einen Baum Ja, ich glaub noch Ja, ich glaub noch Jetzt hast ihn erwischt, ja Hast du dich gesehen? Ja, der ist tot Das war aber, da ist noch irgendwo einer Einer mit dem Cowboyhut hab ich gesehen, ja Das bin ich Ne, ich hab einer mit dem Cowboyhut geschossen, das weiß ich sicher Und du hast dich aber geschrien So, ich komme jetzt zu dieser Reling Ja, der ist tot Könnt ihr mich sehen? Ja Könnt ihr mich hier sehen? Bin ich an der richtigen? Ne Ich seh dich hier nicht Ne, ich dich auch nicht Ne, ich dich auch nicht Einfach nur schräg runter David, du kennst meine Tannen, einfach links da Ah, da läuft noch einer, ganz hinten Pass auf, ich hab ihn ganz hinten Ja, ich hab ihn ganz hinten Das war wahrscheinlich ich Ne, ne, du bist nicht aus dem Wald raus gelaufen Doch, doch Echt? Jetzt? Ja, das ist auch eine Reling Äh, David, lauf mal zu meinen Tannen Warte, ich hab nicht was gehört Ja, hier sind überall welche Also ich war grad eben bei deinen Tannen Von den Tannen aus wohin? Weiter nach links Zum kleinen Sniperhügel Die Lichtungen entlang Anfang, Anfang der Lichtungen Anfang, wo die Bäume anfangen Da war ich doch gerade Ich weiß das Ich weiß echt nicht was gemein Ne, du warst weiter hinten bei der Reling Ich seh da noch eine Reling Also ich bin da bei der Reling Wo, ähm, diese Bank ist Jetzt Ne, ne Bank Warte Die Bank Komm mal jetzt, komm mal wieder Richtung Sniperhülle Gut, ich komm wieder zurück Da bei der Reling Da bei der Reling Der Crew Ja, es schiebt doch Da sind meine Tannen Und nach Und zur Küste hin Laufende Lichtungen entlang Da ist ungefähr Für den Tannen Vielleicht 20 Meter neben Tannen Links Ja, da war ich gerade Da war ich gerade Und habt ihr mich weder gesehen Noch war da etwas Ich weiß nicht welche Lauf da nochmal hin Lauf mal zu den Tannen Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg Bitte nicht alle auf einmal einkrassen Er hat einer geschossen Ach, hier ist der andere Tote Die sind beide tot Cowboyhut M4 Ja, den hast du geschossen Was? Wo seid ihr? Ich möchte zwei Stück Ähm, David, du läufst Ich seh dich Ähm Ja, siehst du den grünen Rucksack? Ja, den da genau Genau, den hab ich erwischt Ich sehe keinen grünen Rucksack Oh, du bist ja gar nicht da Wo? Ich bin nicht Oh, ich bin richtig hier, ja? Ja, ja Long range Wo ist denn der Rucksack? Oh, möchte ich haben bitte Ne, das neb ich Oh, David David Kannst mich jetzt sehen, oder? Ne, ich weiß nicht wo du bist, Alter Das ist... Das ist jetzt... Blöd Du weißt doch wo meine Tannen sind, oder? Ja, ich glaube, du bist zu den Tannen wieder zurück Ich weiß nicht, welche deine Tannen sind Sind die auf der linken oder auf der rechten Seite? Es sind doch bloß... Es gibt bloß drei Stück, wo ich immer gelegen bin Weiß doch nicht, wo du immer gelegen hast? Ja Ich bin da, wo wir uns mal getroffen haben Okay, komm mal den Sniper oder einfach wieder hoch Okay, ich komm auf die andere Seite des Sniperhills Ich bin nämlich gerade in Richtung Strand Ja, du musst, du musst dich tun, Richtung Powerbrand, Dichtung... Äh, Mogi EFK Da, ja genau Genau Erschießen wir schon Und da unten, da ist der mit grünen Rucksack, den hab ich erwischt Der mit dem blauen Rucksack, ist das einer von uns? Ja Oh Gott, ich hätte es fast geschossen Und den anderen hab ich auch erwischt, ich hab zwei Stück erwischt Okay, was hatte er dabei? Long Range Irgendwas was... Ey, der hat den SKA jetzt, das Long Range hatte der Backpack Ne, das ist lustig, aber Long Range hat auch, wen war einer geklappt? Was hattest du mir geben können? Ey, ich hab meinen schon abgegeben Ich hab gewollt, dass du da eins hab Ja Also, du siehst nur einer mit dem Mosin, gell? Mhm Mit dem PU-Scoop komm ich doch nicht weit Also mit dem PU-Scoop kannst du auf 300m... ... auf 300m... ... wirklich perfekt schießen Ich hab die Typen auch gerade erwischt Einen hab ich auch getroffen Ne, ich hab mir seine Munition genommen Gut Einiges für die SKS dabei Tobi, bist du da oben auf dem Hügel? Ja Tobi, kannst du vielleicht noch die Handschellen von den Typen mitnehmen? Äh, ja, Handschellen-Schlüssel Handschellen-Schlüssel? Ja, ich hab die Handschellen genommen Und ich hab keinen Platz mehr für die Handschellen Ja, ich komm schon runter Aber, ich denk dran, Jungs, das waren noch mehr, ne? Ja, was soll ich jetzt sagen Komm wieder hoch zum Berg Ich hab jetzt Angst, mich einzuleggen Oh, ne, darfst du nicht haben David, ohne Deckung machen wir das vernichten, gell? Äh, komm einfach hoch auf den Berg Falls du stirbst, ich hab noch einen Longwave-Stuff Komm einfach hoch auf den Berg Ich bin wieder bei der Leiche Scheiße, voll Ja, was hat der denn? So, die Handschellen-Schlüssel einmal mitnehmen Und jetzt wird doch schon wieder in Elektro gelandet Mhm Sonde noch dabei, nur FX-CR75-Magazin, nehm ich auch mit Hab ich Die ganzen SKS-Schüsse hab ich alle mitgenommen Naja Das nehm ich auch mit Ja, da geht auch keiner raus aus dem, äh Jetzt hat Ich bin ja sicher, dass der Tod ist Halt, 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 halt Halt, halt, halt Die Axt nehm ich nur mit Ich glaub nicht rein, also Ja, mach Ich bin auch noch hinterm, äh Bin und zu sagen, ist gescheitert Willst du mich verarschen? Hat der ne Axt gehabt? Die tausche ich gerade aus Oh, ich brauch die Ruhig mit So So So, dann Rückzug Ja Wir können so laufen Ich weiß Na wir kommen, glaub ich zu dir Hörst mir, gehen wir erstmal den Berg hoch So, wenn wir da unten weg sind Ich glaub nicht Oh, wer läuft denn hier Wer ist denn das mit dem Käppi? Das bin ich Auch die Axt Oh, bitte Einheitliche Kopfbedeckung Boah, ich schießt dann Weg da, weg da, weg da Lauf, lauf, lauf Wollter Auf mich ruhig Ja, ja, ich hörte auf die Schüsse Weg da Von Berg unten, ne? Ja, ja Schießen von unten Von, von Elektro unten, oder? Ja, ja, war die unten Ja, ja, war die unten Ich hab gar keinen dort Das kam von links Wahrscheinlich von der Feuerstation Der war ziemlich nah, der Schuss Also bitte Ja, super nah Lauf, solange wir die nicht wissen, wo die sind Lauf Ich weiß, dass vorhin zwei Stück Ähm Links von uns vom Berg gelaufen sind Hast du gesehen? Hab ich gesehen Das Was? Ah, da kommt er Da rennt der Zombie Guck mal runter den Berg Da rennt der Zombie Ich log mich ein Ne, mach Ja, aber komm nicht zu uns Lass mal Oder Lauf schon mal nach Kamishobo, oder sowas Und versteck dich da Du was machen wir jetzt? Rückziehen, würde ich sagen Ne, weil die abhauen Ja Echt? Ich bin ja mitten auf dem Sniperberg Hier, der Zombie Seht ihr den Zombie, wo der hinrennt? Ne Eben nicht Ich weiß, wo er ist, glaube ich Ich bin schon am Berg rücken wieder Ja, ich seh'n, ich seh'n Da ist eine einzelne Tanne Wo seid denn ihr hingelaufen? Jungs, habt ihr mich jetzt ja alleine gelassen? Ich weiß ja nicht, wo du bist Auf dem Sniperberg oben? Ganz, ganz oben Ja Oder lauft ihr da links? Du bist einer? Du bist der mit dem blauen Rucksack? Was bin ich? Ach ne, hier, guck mal Ey, links unten Bei dir unten, da läuft der Bin ich Siehst du den? Bin eh ich Ist grad auf dich ein Zombie zugelaufen Nö Ja, dann bist du das doch nicht Leg mich hin Ne, das bist du nicht Guck mal, hier Hier, gerade runter Das bin ich Nein, gerade runter Da läuft der irgendwo gerade Nicht dass ich das bin ja Nein Hier Auf mich schießt einer, ich bin tot Hast du da Tobi erschossen? Ich hab dreimal gesagt, da unten läuft einer Ja, ich wurde beschossen Das macht keinen Sinn, Leute rückziehen Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn Das macht keinen Sinn